Hello again, meine Freunde! Vielen Dank, dass ihr euch eingestellt habt! Keller erstes, neues, schlechteste Draft oder Punkt-Punkt-Punkt-Ründchen. Ja, meine Freunde, heute gibt's mal ein bisschen was anderes. Nicht mehr das beste Draft-Board, das haben wir jetzt mittlerweile immer mal wieder gemacht. Ach, da war ich der Krasseste. Jetzt machen wir das Schlechteste, damit der gute Mann ja auch mal ne Chance hat. Wer hier heute das Schlechteste Draft baut, darf den anderen bestrafen. Die Bestrafung sieht heute wie folgt aus. Ich hätte es jetzt so hingehen, aber so ne leckere Kauschnitte. Leckerbissen für Hund und Nicht-Hund. Ja, dann darf sich ein Ding dann gönnen und dann darf er einen abrödeln, Freunde. Ja, für mich hier wieder sehr ohne positive Wertung, Freunde. Ihr feiert dieses Format des Zorns! Ihr feiert es des Zorns! Nein. Wir überlegen uns immer was anderes. Nein. Heute ist es leckeres. Wir überlegen uns immer was anderes. Ja! Jede Woche mit der Bros. Liebe Straffreunde! Ich würde demnächst an deiner Stelle mal vorschlagen, wer verliert, der muss von der Brücke springen. Wäre auch geil, ne? Ja, weil es trifft sowieso mich. Wäre auch geil. Es trifft sowieso mich in diesem Scheiß-Format. Wäre ich dafür, auf jeden Fall. Ne, Freunde. Also wer sagt positive Wertung mit mir? Wenn die Leute... Okay, wir machen einen Deal. Aber was denn? Wenn dieses Video nicht 15.000 Likes bekommt, dann bringen wir das Format erstmal nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Format. Ich habe keinen Bock mehr, weil ich werde eh immer bestraft. Starten wir rein? Nein. Komm. Xing-Chan-Chong. Wer anfängt? Ja, ich würde anfangen. Ja, viel Spaß. Ja, du bist... Man merkt, du bist nervös. Nein, ich weiß, dass ich safe gewinne. Das ist halt auch Kopffick gerade, ne? Weil du willst irgendwie automatisch den Besten mitnehmen. Darfst aber nicht. Ui! Bruder! Boah, Kräufe. Zock den mal. Zock mal den Kräufe. Der ist gut, ey. Nimm den mal mit einfach. Auf Arrogant, Junge! Was ist das denn? Jaaa! Digga! Was ist das denn? Messi auf Arrogan damit. Boah, was hättest du denn da für ein Dings machen können? Also mal Real Rap. Was hättest du da für ein Draft zaubern können? Ich habe jetzt schon verloren. Gott, nee, komm. Er nimmt einfach Messi mit. Was ist das für ein Draft gewesen, Mann? Warum kriege ich so einen Draft nicht? Wenn es mal wirklich um Rating geht, du Scheißspiel. Nimm kein Tee doch, ist nicht in der Liga, Digga. Ui, das ist schwierig jetzt. Ist das ruhig. Ist das dumm, dieses Format. Ehrlich. Ist das dumm. Scheiße, guck dir das mal an. Weißt du, ich kriege hier seit 6 Episoden kein Rating. Und jetzt kriege ich die in den Arsch gesteckt, Alter. Halt die Fresse bei dir in der Folge. Da könnt ihr nämlich abchecken. Erster Link in der Bekreibung, Freunde. Was ist das denn, Mann? Ja, das ist so, wie ich gerade bei dir hatte. Ne, da haben wir nämlich auch alle, ha, 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 hu, hey. Da, guck. Kriegst du doch deinen Kolasinatsch. Ist das dumm. Guck dir das mal an. Ist das dumm. Ist das einfach dumm, wirklich? Aber 480, ja, come on. Das ist einfach... Gelee, 990 noch, oder was? Ha, da sind zu, zu, zu low-weighted zwischen. So, erste Abendshandlung. Zack. Gibt's sogar noch Plus-Chemie, ey. Jawoll. Ach, 2-3 kommt der da hinten. Dick, aber das ist so lächerlich. Was wäre das denn für ein Draft geworden, ey? Ich hab keine Ahnung. Wir werden's nie herausfinden. Was wäre denn das für ein Draft geworden, Alter? Boah, das ist krass. WTF? Nimm doch die Besten mit, dann kannst du nochmal abchecken. Und grüner Link ist immer gut. Kann ich die Besten mitnehmen und dann speicher ich mir das für die nächste Aufnahme? Jaaaa! Mehr davon! Mehr! Mehr, Alter! Mehr! Wichtig, wichtig. Scheiße, ist das. Nochmal das Bundesliga-Team, oder? Ja. Nein! Vollmann! Paul, sind Pauls. Oh, warte, nochmal das Premier League-Team. Warum krieg ich jetzt Rating, Mann? Nochmal. Ach, Mann. Warum krieg ich jetzt Rating? Dummes Game, ehrlich. Aber du hast immer noch... Halt die Fresse! Du hast 81er. Hammer! 81 ist gut. Krass, Alter. Trotz Dings. Hätte ich nicht gedacht. Das ist dumm, dieses Format. Das ist so dämlich. Mehr, zwei Chemie. Hä? Du hast doch elf Chemie irgendwie geschafft. Hä? Großwein-Silber-Spieler. Das ist schon sehr gut, was du da hast. Die ersten 93. Das ist stark. Jaaaa! Aber bringt nichts! Ich geb' ab. Scheiße, wie krieg ich hier noch Camille-Spieler? Oha! Nein! Hört auf zu linken! Nein! Okay, Rating nochmal. Ich meine, dass wir nichts mehr bringen, aber... Warte, ich müsste irgendeine Liga kategorisch rausräumen. Italienische, englische, spanische erste Liga-Manager. Jaaaa! Fuck! Du bist eigentlich safe. Aber wie geht das? Ich hab mich so ungeholfen. Wie geht das? Versteh ich nicht. Auf arrogant, Allah! Baller mal in die Kommentare, ob elf das niedrigste ist, was geht. Ich dachte eigentlich immer zwölf, aber anscheinend elf. So. Scheiße, Alter. Du bist eigentlich gesaved. Also ich weiß nicht, wie ich das choppen soll. 92 war, ne? Ja, 92. Ich weiß nicht, wie ich das choppen soll. Ich glaub 92 ist das niedrigste, was geht. Ui! Oh, den will ich halt mal ausprobieren. Oh, mit auf arrogant. Ah, das ist schon scheiße, dass du da so niedriges Rating bekommst. Ich weiß halt nicht, was die Rating-Untergrenze ist. Ich glaub Chemie-Untergrenze ist elf. Chemie glaub ich halt auch. Ja, komm. Problem ist halt, weil ich nicht raff. Warum das nicht niedriger? Warum du gerade so Dings warst? Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Oder vielleicht das 81 auch schon die Rating-Obergrenze. Untergrenze. Das ist gut. Schon mal 86er. Ich mein, man muss halt, also du, weshalb das bei mir mit Messi und Käufer funktioniert hat, war, weil Reservebank halt juckt. Also du hast fünf Spieler, die jucken. Ja, sicher. Das stimmt. Du hast fünf Spieler, die jucken, da kannst du alles parken. Das stimmt. Reserve ist ja nicht relevant für das Rating. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, Papa. Ja, Link, nimm mit. Meinst du? Ja. Irre. Da hatte grad ich mal nur so einen 90er-Idioten. Aber die Bank wird dann... Ah? Erkennst doch. Ich mein, du hast jetzt schon echt bis jetzt nur Gammelscheiße. Für Premier League auch. Du hast echt viel Gammelscheiße gekriegt. Fuck. Mach jetzt nicht so ein EA. Komm, gib dir mal... Ich weiß, da hatte ich ein Yashin und alles. Aber die Bank, die Bank wird rein scheißen. Oh je. Nee. Der hat aber Bock, oder? Der will zu dir. Richtig Bock. Du musst ein bisschen High-Rated auch bekommen. Ah! Mein Glück ist, dass du viel Premier League bekommst. Komm schon, Mann. Ja, bringt Chemistry ne mit. Chemistry ist immer gut. Ja, wegen dem Stürmer aber auch nur. Ja, wichtig! Wichtig! Ja, aber immerhin. Ja, aber immerhin. Kann langsam machen. Du hast halt echt zu viel Premier League. Das ist schon mal gut. Du hast ja nur ne 80er Bewertung. Ja, die geht doch noch hoch. Mir fehlen ja auch noch Spieler. Die wird noch hoch gehen. Und ruhig die machen. Hoffentlich. Alter, die Bewertung muss hoch. Was ist denn, Mann? Ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Mann, gib doch mal Rating, Alter! Du hast halt wirklich solche Titten bekommen, dass du echt ne 80er Bewertung packen könntest. Du musst halt original nur Scheiße bekommen. Was ist das denn, Alter? Geh doch hoch jetzt, Mann! Geh mal lieber runter hier. Geh mal lieber runter hier! Ist das ein Joke? Das ist einfach so lächerlich, dieses Format, ne? Das ist einfach so lächerlich. Das ist einfach so lächerlich. Das ist einfach so lächerlich. Wie viel ladest du? 92. 92? Ich hab zu viele Ligen drin. Ich glaub nicht, dass das reicht. Zu viel. Ach ja, genau. Reicht dann. War mir fast klar. Ich muss. Ich hab zu viele Nationalitäten drin. Zu viele Ligen drin. Aber krass. 80er Bewertung gilt. Krass. Krasses Duell. Also 80er gilt auf jeden Fall. Mann, der scheiß Manager! Ich bin aber auch ein Idiot. Aber ich wusste ja vorher nicht. Ob ich halt irgendeine Liga ausbauen könnte oder so. Ja, was machen wir? 15k? No. Fang ruhig an. Hm? Fang an. Scheiße. Jaaaaaaah! Scheiße. Angezeigt zählen, ne? Das muss da jetzt ist, ja. Ah! Mach ich nicht. Ah! Bitte! Jetzt einfach Prime Bike in Morbid. Ja, 92. Jaaaaaah! Es geht doch! Endlich ist der Fluch gebrochen bei diesem Scheiß-Format, Mann! Mann, 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 ey! Da hole ich schon ein 80er-Rating raus, Sado! Huh! Ah! Ist das schön, mal wieder dieses Format gewonnen zu haben! Schweine nicht, wenn der Regen fällt! Ah! Und ich sag blau, 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 blüht der Entzehn! Ja! Schmeckt auch nicht geil! Komisch! Versteht gar nicht! Ich dachte, das ist so ein Grill-Zubehör oder so! Wenn du fängst, wenn du fängst, bist du krass! Dann kann ich aufhören, ne? Ja, wahrscheinlich, oder? Oh, schade! Ja? Hau rein! Och, das riecht so... Das kannst du nicht beschreiben, finde ich, ne? Also, ich habe einen Kurzreis gekriegt. Ja, freut mich für dich? Ja, ja. Ich kann's, ne? Ich habe gar keinen Bock mehr viel Spaß mit dem Schauen. Jaaa! Och, ich habe überhaupt mit Kakao! Schlucken! 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 Haben wir hier irgendwas zu saufen, ja? Hier! Alter! Digga, was kommt da für ein... Digga, was kommt da für ein ekeliger Geschmack! Da breitet sich sowas richtig ekelhaftes aus, ne? Oh, wo war das denn? Hahaha! Ja, Freunde, tschüss! Ist dieses Format geil, Mann! Wuh!